Ende November gab Jill O'Farim zu, sich die Antisemitismus-Vorwürfe nur ausgedacht zu haben. Als Konsequenz wurde ihm eine Geldauflage von 10.000 Euro auferlegt, doch die Summe soll bislang nicht gezahlt worden sein. Jill O'Farim. Prozess Lüge 10.000 Euro Geldauflagen noch nicht gezahlt. Neben den Vorwürfen gegen Till Lindemann, 60, ist der Prozess gegen Jill O'Farim, 41, der Skandal des Jahres. Knapp zwei Jahre nachdem er schwere Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Leipziger Hotelmitarbeiter erhoben hatte, wandte sich das Blatt im Prozess wegen Verleumdung Ende November dann plötzlich. Der Sänger gab mit einem knappen Statement zu. Sich die Anschuldigungen wegen seiner Davidsternkette nur ausgedacht zu haben und entschuldigte sich schließlich. Neben einer nicht bekannten Summe Schadensersatz wurde Jill O'Farim eine Geldauflage von 10.000 Euro zugunsten der jüdischen Gemeinde zu Leipzig und dem Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz auferlegt, doch die wurde offenbar noch nicht gezahlt. Auf Anfrage von Ipben Media erklärte ein Pressesprecher des Landgerichts Sachsen am 12. Dezember, ein Zahlungsnachweis liegt bisher nicht vor. Jill O'Farim, abgetaucht Typveränderung nach Skandal. Doch insgesamt soll Jill O'Farim ein halbes Jahr Zeit haben, um die Zahlung zu leisten. Dennoch gilt das Verfahren gegen ihn als so lange nicht endgültig eingestellt, bis die 10.000 Euro beglichen sind. Sollte die Frist verstreichen, ist das Verfahren anschließend wieder aufzunehmen. Und das Strafverfahren müsste nochmals von Beginn an durchgeführt werden, erklärte ein Gerichtssprecher Focus Online. Nach dem Prozess tauchte Jill O'Farim nahezu völlig aus der Öffentlichkeit ab, deaktivierte sogar seinen Instagram-Account, wahrscheinlich. Um dem Shitstorm und der Kritik zu entgehen. Kürzlich wurde er dann völlig verändert von einem Bildreporter abgelichtet. Die Fotos zeigten, dass sich der 41-Jährige von seinem Markenzeichen, seinen langen Haaren, getrennt hatte.